So, ich gehe jetzt zurück von einem Lost Place, offiziell nur übers Meer zu erreichen. Zumindest einmal entbucht, als Hotel. Ja, und ich dachte, ich hätte einen Weg mit Kugel gefunden. Ja, also nicht nur der Weg mit dem Moped ist extrem, auch der Weg dann da runter zu ist. Man hört es noch, ich bin immer noch am Pumpen als Nichtraucher. Aber wie sonstiges, es ist also wirklich ein Lost Place, wo wohl kaum einer besucht außer mir. So verrückt sind die wenigsten, ich weiß. Aber ich war dort, ich kann wieder einen abhaken auf meiner Liste. Ich mache jetzt noch ein 360 Grad Video vom Heimweg. Dann seht ihr auch, warum ich es hasse, mit Scooters unterwegs zu sein. Sowohl von den Steigungen her, wie vom Zustand der Straße. Die ist alles nur keine Straße. So, hier noch Moxtag. So geht es die ganze Zeit runter. Ganz unten ist dann das Ressort. Und mit Aachenkrach habe ich zwei Bunker losgefunden, in die ich reingekam. Alle anderen waren verschlossen. Aber egal, ich war in zwei drinnen. Einer wird gerade renoviert. Einer steht eigentlich ganz gut da. Ihr werdet jetzt ja an die Bilder sehen. Ich muss jetzt noch die nächste 100 Meter den Berg hoch. Und dann bin ich an meinem Roller. Und dann mache ich ein 360 Grad Video. Also gut. Viel Spaß bei den Bildern und bei den Videos. Euer Andi und Tour, die kleine Dampflokomotive. Ciao. Ciao.